I am the sky, oder in the sky. Deiner Abteilung wurden nun Lufteinheiten des SCPD zugeteilt. Nice. Neue Ausrüstung. Buh. Geil. Das ist natürlich klar. Alter, nice. Haha. So, und da wir ja alle anderen Wagen schon hatten, außer den Charger, nehmen wir jetzt mal den Sheldon GT 500 mit. Der stärkste je in Serie gebaute Mustang, aber das mit diesen, äh, ja, mobilen Nagelbändern finde ich ja mal richtig nice. Wenn die das im Most Wanted oder so gegen mich gemacht hätten, wäre ich auch richtig am Arsch gewesen, glaube ich. Dann mal los. Der Legende treu, aber ohne Kompromisse. Die moderne Interpretation des klassischen Mustang-Erbes. Ach ja. In den Linien und stark ausgeformten Flächen gelang den Designern von Ford das beinahe Unmögliche, diese Ikone noch muskelbepackter erscheinen zu lassen. Unter der gewölbten Motorhaube lauert eine fauchende Bestie, die zum Leben erweckt werden will. Erkenntnisse, die beim Bau des zum 40. Jubiläum erschienenen Shelby GT 500 KR gewonnen wurden, flossen in die Entwicklung des aufgeladenen 5,4 Liter V8 ein, der nun mehr Leistung und ein größeres Drehmoment bei geringerem Verbrauch aufweist. An der Front des Wagens befindet sich ein verbesserter Splitter und eine eingelassene Haube, die ihn vom normalen Mustang abhebt. Ach ja, der normale Mustang. Okidoki. Der Shelby GT 500, der Mythos lebt sozusagen. Und jetzt werden wir mal uns von den Vögeln Unterstützung geben lassen. Aus dem Himmel kommen sie nämlich und werden uns hoffentlich ein paar Nagelbänder hinlegen. So, zwei Minuten, dann kriegen wir eine Auszeichnung. Drei Helikopter mit zur Verfügung. Okidoki. Ja, dann werden wir diesem Raser doch hier mal um 22 Uhr bei, ja, Mondschein und Regen so richtig in den Arsch treten. Gut. Dann mal los. Officer verfolgen ein Audi TT in östlicher Richtung auf der Legs. Natürlich. Bestätige, Verdichtiger überschreitet alle Tempolimits. Bedürfliche Unterstützung. Ja, Interceptor-Einheit ist vor Ort. Interceptor-Unterschließung ist auf dem Weg zu eurer Position. Wie ich bereits sagte. Für so einen kleinen Penner. Für so einen kleinen Penner, also Luftunterstützung. Ok. Ich werde es mir merken. So, was ist denn Heli überhaupt? Ah, das ist wohl Heli. So, dann wollen wir doch mal gucken. Dann mal los. Hol sie euch. Kollegas. Los, 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 los. Her mit dem Nagelband. Boah, ich komme da auch nicht hinterher hinter dem Typen. Los, los, los. Nagelband legen. Hat er es jetzt? Scheiße, ich baue hier auch eine... Ja, scheiße. Mann, ey, da habe ich zu viel auf die Minimap geguckt. Komm schon, go, go, go. Ah, supi. Ja, Systeme gestört. Ich hasse diese Raser mit ihren Systemstörungen. Und wir haben den noch nicht mal erwischt. So, dann mal los. Holt euch den Kerl. Sonst hole ich ihn mir. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ja, der hat ein Nagelband gelegt. Jetzt bekommt er eins. So, mein Freund. Endlich sind wir mal hinter dir. Bams. Ja, ich weiß, dass ich Kontakt hatte. Ich fahre doch. Ey, was fahren die mir im Weg? Heli, was hast du gemacht? Hat es jetzt getroffen, mal das Nagelband? Alter, nein, 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 nein. Das müssen wir nochmal machen. Sorry, Leute, aber das war ja so schlecht gerade von mir. Oh mein Gott. Stell den Raser für das Sieg und das meiste Kopfgeld. Ja, ja, kennen die. Aber die Helikopter sind irgendwie nicht so effektiv, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas falsch mache. Könnt ihr mir mal schreiben, ob man die irgendwie besser einsetzen kann. Aber da habe ich mich natürlich auch kacke angestellt. Ja, 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 ja. Komm, 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 komm. Kennen wir doch alles. Ja, ein Audit TT? Echt? Wusste ich gar nicht. So, auf geht's. Let's get ready to rumble. Mann, Mann, Mann. Musste ich das doch tatsächlich nochmal neu starten hier? Nun gut. Da mal los. Helikopter im Anflug. Das bin ich auch. Die Frage ist, ob ihr ihn bekommt. Ja, supi. Ich weiß. Damit ist er gleich mal schön weit weg von uns. Aber ich hoffe, der Heli tut diesmal einmal in seinem Leben sein fucking Job. Wenn ich das mal so hart sagen darf. Übrigens ist hier überall Wald. Also verdächtig ist in den Wald gefahren. Ist keine wirklich superpräzise Aussage. Freunde. So, jetzt leg doch dein Nagelband. Warum legt er denn nie sein Nagelband? Das ist eine Verbindung unterm Ruch. An aller Einheit. Unsere Signale werden gestört. Sind auf Lichtkontakt angewiesen. So, warum hat er ihn jetzt nicht gehittet? Ja, 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 ja. Unterstützung auf Standby. Erwart eine Anweisung. Okidoki. Erstmal werde ich ihn mir so holen. Bisschen rammen. Und jetzt kann der Heli kommen. So, Heli. Go, go, go. Go, 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 Heli. Get him. Bams. Äh, ja, ich krieg den Crash, oder was? Ich hab ihn doch nur gerammt. Das ist natürlich mal wieder hyperrealistisch. Na los, Heli. Jetzt kriegst du ihn. Ich bin mir sehr, sehr sicher. Glaube ich. Ach, fährt der jetzt außen lang, der Bastard, oder was? Scheiße. Scheiße. Der ist echt gewieft, der Kerl. Ja. Da würde ich es natürlich auch ablegen, wenn ich der Typ wäre. So, jetzt komm her. Los, 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 Heli. Heli! Oh, ich krieg's wieder nicht hin. Ich krieg das Kotzen hier. Das Kotzen. Das pure Kotzen, Leute. Jetzt muss ich jetzt nochmal neu starten. Das kann doch nicht so schwer sein. Diese Helis bringen gar nichts. Und jetzt muss ich hier zum dritten Mal neu starten. Das ist natürlich auch für euch scheiße, Leute. Und mich kotzt das hier irgendwie auch an. Ja. 22 Uhr, Wetter. Ihr müsst mir mal sagen, ob ich die Helis falsch einsetze, oder die den einfach nicht treffen, oder ich hier irgendwie gleich ausraste, oder keine Ahnung. Der hat ja gesagt, wir haben nur begrenzten Treibstoff. Ja, das ist klar. Aber wenn ich direkt hinter ihm bin, kann ich die ja auch gleich einsetzen, oder nicht? So, wenn er jetzt gleich hier in die Abkürzung geht, dann weiß ich schon mal Bescheid. Geht er. Weiß ich Bescheid. Verdächtiger sind in den Bank gefahren. Ja, los. Erwartet ihn da doch mit dem... Gleich mit dem Nagelband-Heli. Bams. Bams. So. Erinnahme negativ. Er fährt unverhältlich breiter. Ja, ich weiß. So, werft euer Nagelband ab. Scheiße. Nagelband hat Zielfahrzeug nicht abgebremst. Kann man... Ach, aber mich oder was? Scheiße. Ich dachte, durch seine eigenen Nagelbänder darf man durch. Das konnten die Cops bei den früheren Spielen auch immer. Aber ich nicht, oder was? Naja. Ja, und jetzt macht er gleich ein Nagelband mit seinem hässlichen Störsender. Ich kenn das doch. So, Heli. Komm ran hier. Was? Das war doch da gar nicht mehr... Oh, nee. Ich krieg die Krise. So, Heli. Diesmal kriegst du ihn. Ich bin mir sowas von sicher. Jetzt ist es so schön zentral. Jetzt musst du ihn einfach... Musst du einfach nur hinlegen. Genau, vor ihn. Und fahr durch, Penner. Na bitte. Ein Helikopternagelband. Endlich. Es wird aber auch Echtzeit. Ach, gestellt. Ja, nice. Ach, die Sache ist wirklich vorbei. Eye in the sky. Ja, die Sache ist wirklich vorbei. So, Kollege, das war's für dich. Schön viel Kopfgeld für mich. Und das ist doch nice. 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 Schön. Wieder keinen neuen Wagen. Das ist natürlich bedauerlich. So, was ist jetzt hier? Eine Vorschau. Oh, bleib mir weg mit Vorschauen. Was haben wir hier? Hot Pursuit. Sechs Raser. Ja. Zum Abschluss wollen wir dieses Event auf jeden Fall nochmal machen mit sechs Rasern. Könnte jetzt wieder ein bisschen Überlänge bekommen, der Part. Ich nehme den Dodge Challenger SRT-8 mit. König des Asphaltdschungels. Und das wird nochmal richtig geil. Zum Abschluss dieser Aufnahme, glaube ich. Sechs Raser. Geil. Der im Kreislerwerk in Ontario gebaute Dodge Challenger SRT-8 verfügt über die Gene seines legendären Vorfahren und verbindet ein unverkennbares Äußeres mit brachialer Performance. Aha. Der Wagen besitzt einen 6,1 Liter Hemi V8, der die höchste spezifische Leistung aller je in einem Challenger angebotenen Saugmotoren hat, sowie reibungsreduzierte Aluminium-Bremssettel von Brembo. Der Challenger SRT-8 kann in weniger als 17 Sekunden auf 160 Stundenkilometer beschleunigen und wieder bis zum Stillstand abbremsen. Runde Doppelscheinwerfer, eine ausgeformte Motorhaube und die charakteristische über die gesamte Breite reichende Heckleuchten-Einheit entsprechen dem legendären Original aus den 1970er Jahren. Ja, sozusagen oldschool. Und mit diesem Ding werden wir jetzt diesen 6 Rasern hier so richtig einheizen. Hot Pursuit, Highway, Streife, Highway. Verhalte das Rennen, um das meiste Kopfgeld zu halten. Um 7 Uhr morgens Wetter. 6 Verhaftungen brauchen wir für eine Auszeichnung. Wir haben alles mögliche. Nagelbänder, Straßensperre, IMP-Helikopter. Das erste Mal haben wir alle Waffen dabei bei den Cops. Und den werde ich jetzt so auf die Fresse geben. Boah, das wird... Also freut euch wirklich auf eine richtig geile Performance zum Abschluss dieses Parts und dieser Aufnahme. Die nächsten Minuten könnt ihr einfach nur genießen. Glaubt es mir. Das wird richtig geil. Der Interceptor wartet auf seinen Opfer. Speed Enforcement, Dodge. Jawohl, in Ontario gefertigt. Nur für diese eine Aufgabe, sie alle zu jagen. Da mal los. Wir haben eine Notfallsituation auf dem Isgord Freeway. Jo, ich hol sie mir. Ich hol sie mir. So, zack. So, und erstmal eine Straßensperre, um die alle mal ein bisschen abzustoppen. So, hier können wir schon mal reinbrausen. Einen haben wir damit schon mal. 500 Kopfgeld. Zack, das ist der nächste Kollege. 500 Kopfgeld. Also ihr seht, ich mache hier wirklich echt kurz einen Prozess mit denen. Oh, okay. Können wir schon auf den EMP machen. So, hier, da ist der Typ fürs EMP. Bams. EMP-Treffer. Jo, einen hätte ich gerne. Alle Einheiten, Straßensperre in Position vor. Nice. So, ich hol sie mir von hinten. Hö, hö, hö. Zweideutigkeit for the win. Ihr kommt hier nicht durch. So, und wer hier versucht durchzukommen, kriegt ein Nagelband in die Fresse. Scheiße. Ganz knapp vorbei. Einer, einsatzbereit ist Nagelband an eurer Position. Okay. Heli, du bist dran. Achtung, Verfolge Einheiten. Sofort Unterstützung im Anflug. Okidoki. Nagelband. Und, scheiße. Doch. Nagelband-Treffer. Damit hätten wir einen gestellt. Geil. So, mein Freund. So, macht der Heli da auch nochmal was? Scheiße. Crash. Okidoki. Das ist nicht gut. Komm, 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 komm. Zieh. Bis jetzt ist es so geil gelaufen. Verdächtigung. Ja, bitte. Durch Heli gestellt. 500 Kopfgeld. So, haben wir jetzt nur noch einen. Lufttreffer bestätigt. Jawohl. Da ist der letzte. Und ihr wisst, wie ich ihn mir holen werde. Auf die altmodische Art. Nur du und ich, Kollege. Du kannst machen, was du willst. Du wirst mir nicht entkommen. Erstmal eine Straßensperre und dann gleich ein IMP hinterher. Sozusagen doppelte Action. Bam. IMP-Treffer. Du hast noch nicht genug. Okidoki. Du hast echt noch nicht genug, Kollege. Dann wirst du jetzt den ganzen Zorn des Mr. Crazy-Oni auf dich nehmen müssen. Fürst 20 Kilometer gedriftet. Pralleib ruhig vor mir, Kollege. Du willst es doch auch. Ich hab noch was sehr, sehr Schönes für dich. Nagelband will ich dir nicht geben. Hehehe. Und tschüss, Kollege. Bam. Hahaha. Durch IMP gestellt. Renn verhaftet. Point of Impact. Sechs Typen in 2,45 ausgeschaltet. Das geht Gold um Platz 1 auf der legendären Speed Wall. Boah, Leute. Das war gerade ja mal richtig episch, wie ich fand. Wir leveln auch richtig nice. Kriegen eine neue Belohnung. Das ist doch alles extrem geilo Milo. Anwendung von Gewalt. Richtig viele Punkte. Speed Wall. 230.000. Wir leveln richtig geil. Und kriegen neun Wagen. Oder ein neues Fahrzeug, wenn man so will. Den Camaro SS. Den wir ja auch schon von den Rasern kennen. Kriegen wir jetzt auch den ultimativen Camaro für die Cops. Da haben wir uns das jetzt zum Beispiel schon angehört. Deswegen würde ich da nicht nochmal doppelt sozusagen das vorlesen. Aber jetzt würde ich sagen, beenden wir diese heutige Aufnahme und diesen Part mit leichter Überlänge. Ja, mit einem richtig schönen kleinen Solo. So, auf geht's. Ja, wir können mal den Este Martin hier mitnehmen. Und ich danke euch dafür. So, das will ich mir jetzt nicht anhören. Das können wir uns später irgendwann anhören. Ich danke euch fürs Zugucken, Leute. Um 22 Uhr in Seacrest County hier. Ähm, ich danke euch fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mann, 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 lange Aufnahme-Session hier. Mir hat's richtig fun gemacht. Einige, wenn's klar, habe ich ein bisschen gefailt. Musste ich neu starten. Aber insgesamt war das doch richtig geil. In diesem Sinne, Leute. Hoffe ich, sehen wir uns das nächste Mal. So, ich will nochmal mein Lieblingslied hier haben. So, also wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal bei Let's Play Need for Speed Hot Pursuit. Ich würde mich freuen, wenn ich euch wieder an meiner Seite begrüßen kann. Hallo. Also, ich möchte mein Lied. Und, ähm, ja, schreibt mir in die Kommentare, wie es euch bisher hierhin gefällt. Ich hab riesen viel Spaß, wie man hoffentlich auch merkt, mit euch hier. Und, ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Und, äh, ja, einen wunderschönen Tag noch. Und haut rein, Freunde.